Das Tierparadies Schabenreit in Oberösterreich ist seit mehr als 25 Jahren ein Gnadenhof für alte Tiere, die unfair behandelt wurden und solche, die sich jemand angeschafft hat, obwohl er oder sie sich nicht entsprechend um das Tier kümmern konnte. Die Unkenntnis der Menschen oder weil die Nachbarn protestieren, führt häufig dazu, dass Haustiere, Exoten und Wildtiere abgegeben werden müssen. Dieses Schwein hätte lebendig gegrillt werden sollen. Es sprang vom Rost, überlebte und genießt im Tierparadies Schabenreit seinen Lebensabend. Wir mussten einfach immer handeln. Wir waren ursprünglich gar keine bewussten oder deklarierten Tierschützer. Wir waren ganz normale Privatpersonen, die Hunde freigekauft haben, uns schon vor 25 oder 30 Jahren um Kastrationen gekümmert haben auf Bauernhöfen. So hat sich das entwickelt. Freizeit oder Urlaub kennen die Betreiber des Tierheims nicht. 320 Tiere leben heute in Schabenreit, die sie rund um die Uhr fordern. Doris und Harald Hofner haben ihre Berufe für den Tierschutz aufgegeben, ihre finanzielle Sicherheit für Tiere geopfert. Tierschutz bedeutet immer pleite zu sein, nicht baden zu können, wenn die Enten in der Badewanne schwimmen lernen. Natürlich auch Vorbildwirkung für andere, um etwas zu verändern. Das Tierparadies steht auch menschlichen Gästen offen. Das Gästehaus ist neben der Gutachtertätigkeit für das Land Oberösterreich eine weitere Einkunftsart, um Tieren, die viel Leid erfahren haben, Schutz vor Menschen und einen Lebensabend bieten zu können. Das Gästehaus ist neben der Gutachtertätigkeit für das Land Oberösterreich.